Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine Geschichte mit Top Max Duffins. Hallo Lamy. Ups, Entschuldigung Lamy. Bist du in Ordnung? Alles ist super, Doc. Ich war müde und ich bin eingeschlafen. Entschuldigung. Lamy, es ist nichts zu entschuldigen. Du hast sehr viel gearbeitet. Ich habe etwas für dich. Was denn? Schokolade? Bonbons? Nein, etwas viel besseres. Was? Sag mir bitte. Wir fahren ans Meer. Hurra, ich kann es nicht glauben. Du verdienst das Lamy. Du bist meine beste Freundin und Assistentin. Ich hab dich lieb. Schau mal Lamy, die Palme. Sind wir angekommen? Gleich Lamy. Wow, alles ist so schön hier. Du hast recht. Das Meer ist wunderbar. Und wir können in Sand spielen. Es ist so fein. Endlich können wir uns ausruhen. Ich werde ein Sandburg machen. Juppie. Hurra, ich habe es geschafft. Ich möchte noch eins machen. Mein Auge. Ah, Doc, Doc. Ich kann nicht versehen. Fertig. Danke, Doc. Ich habe mich erschreckt. Es war nur Sand, Lamy. Oh. Och, ich wünschte mir, ich hätte eine Klinik am Strand. Und so könnte ich immer hier kommen. Doch, aber das ist eine brillante Idee. Und alle Patienten könnten hier kommen. Ja, Lamy, aber wer baut die Klinik auf? Wir selbst können es nicht machen. Wir nicht, aber für Bob, der Baumeister, ist das sehr leicht. Oh, ja, du hast recht. Ich werde ihm anrufen. Hurra. Hallo, Doc. Hallo, Lamy. Hallo, Bob. Gut, dass du da bist. Wir haben eine Mission für dich. Nämlich, wir möchten eine Klinik am Strand bauen. Wunderbar. So könnt ihr öfter am Strand kommen. Wir werden gleich anfangen. Danke, Bob. Danke. Bis später. Während Doc und Lamy in Sand spielen, bauen Bob und sein Team die Klinik auf. Rudel und Buggy transportieren die notwendigen Materialien. Und Rolo ebnet den Weg. Ich bin fertig. Ich komme, Pudal. Ich warte auf dich. Du kannst losfahren, Pudal. Danke, Buggy. Und es ist fertig. Und der Tag ist zu Ende. Wir haben sehr viel heute gearbeitet. Ja, doch. Es waren sehr viele Patienten. Und wir haben alle behandelt. Es ist sehr lustig, ein Arzt zu sein. Obwohl ich nur ein Krankenpfleger war. Ich bin so müde. Ins Bett mit euch. Aber zuerst sollt ihr die Zähne putzen und euch waschen. Einverstanden. Bis morgen. Gute Nacht. Schlaf schön da. Haha. Gut, dass ich der Erste bin. Ich muss jetzt nicht mehr warten. Wo ist der Handtuch? Na sowas. Ha, da ist es ja. Oh, wie war ich. Fertig. Jetzt bin ich sauber. Ich werde meine Zähne putzen. Ich habe keine Zähne. Dann werde ich meine Hände waschen. Jetzt bin ich fertig für Bett. Gute Nacht. Ich putze meine Zähne. Jetzt sind meine Zähne sauber. Gute Nacht, Holly. Was hast du auf dem Gesicht? Was? Was habe ich? Was macht ihr da? Oh mein Gott, Chili. Du auch. Was siehst du, Holly? Chili, deine Hände. Was ist mit meinen Händen? Aber was ist mit deinem Gesicht? Freunde, was ist mit diesem Geräusch? Ah. Brunty, du hast viele Flecken auf dem Gesicht. Bin ich krank? Aber ich fühle mich sehr gut. Ich weiß nicht, Jungs. Aber etwas stimmt nicht. Ich hole doch Max Daphins. Ich will nicht krank sein. Ich möchte nicht krank sein und auch nicht sterben. Doc, Doc. Was ist denn, Holly? Warum schlaft ihr nicht? Alle haben viele Flecken. Ich glaube, es ist die Rede von einer Epidemie. Epidemie? Ja, Doc. Ja, Doc. Donner, Wetter. Ihr seid alle mit Punkten da drauf. Was ist passiert? Und schaut mal, Doc. Chili hat nur auf dem Handy. Während Stuffy auf dem Gesicht hat. Und Lamy nur auf dem Stirn. Doc, sag uns, wie schlimm ist das? Was wird mit uns passieren? Ich weiß noch nicht, Lamy. Ich muss euch zuerst untersuchen. Wer möchte der Erste sein? Ich. Ich möchte nicht sterben. Sehr interessant. Hören wir dein Herz. Alles ist perfekt. Der Nächste bitte. Aber wie? Was mache ich mit diesen Flecken? Ich muss zuerst auch die anderen sehen. Mach A. O. Deine Augen schauen gut aus. Hm. Sehen wir mal. Unglaublich. Schaut mal. Es ist nur Schmutz. Ihr seid nicht krank. Das bedeutet, ich werde nicht sterben. Nein, Stuffy. Du stirbst nicht. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.